Oder, kennt das jemand? Ihr habt das gesehen? Und glaubt nicht. Was kennt ihr? Ihr seid viel zu jung für den Film. Aber er hat mir noch einen Füllen, für mich hat er was erinnert. Er hat kein Buch eingefasst. Er fühlte sich zur Tat zum Wesen. Aber wisst ihr was? Er war nur zu dumm. Keiner von Dachs nachfolgenden Romanen hatte den jüngeren Erfolg des Erzugs. Doch seine Bücherinitiative, die muss reiche Anerkennung sein. Viele dieser Kinder wachsen brutal auf. Das sind für mich die Vergessenheit. Diejenigen von uns...